Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 12.01.2021 und wir hatten gestern das Bildchen, wo sie alle schön happy ins Wasser reinrennen und ich glaube, es war dann auch etwas zu kalt, das Wasser, so dass sich der DAX das dann doch anders überlegt hat und nochmal unten ausgeschabt hat. Man hat es dann über das Wochenende bzw. auch über den Montag schon etwas erahnen können, über die Nacht, über den Sonntag, wie die Kryptos in die Knie gegangen sind. Wir hatten ja schon am Donnerstag, glaube ich, habe ich euch das erzählt, bzw. in der Freitagsanalyse hatten wir darüber gesprochen, dass wir im Bitcoin, bei uns zumindest im Dienst, also die, die bei uns die Mails bekommen, und dass ich denen schon gesagt hatte, dass wir unsere Bestände reduzieren, 50% rausnehmen, Ethereum, Bitcoin, auch Aave und was wir so drin hatten, weil ich davon ausgegangen bin, dass am Wochenende eben dann noch ein kleines Peak kommt und der Markt aber am Montag dann schon so tief eröffnet, dass die Leute dann nicht mehr aus den Positionen rauskommen und es ist ja oft so, dass es vielen schwerfällt, in dem Moment, wo der Markt vorher höher war und er fällt dann, dann wollen diejenigen meistens nochmal da oben das hoch unbedingt verkaufen und warten dann und dann fällt er weiter, fällt er weiter, fällt er weiter und dann sitzen die dann irgendwann noch Ewigkeiten in Positionen drin, in denen die raus wollten. Deswegen hatten wir gesagt, dass wir eben beim Bitcoin, ich glaube, 40.000 war es knapp gewesen, dort eben dann Teilverkäufe machen, damit wir uns den dann unten ein bisschen angucken können. Kryptos machen ja auch in diesen starken Reliefhasen halt öfters mal 30-40% einfach spontane Korrekturen, das sieht man relativ häufig und ja, genau, wie bin ich jetzt da eigentlich hingekommen? Ich sage sonst immer, die Kryptos notieren übers Wochenende recht schwach, das habe ich jetzt diesmal nicht gesagt, ich hätte eher vermutet, dass der DAX nämlich tatsächlich sogar vielleicht auch höher reinkommt, also ich habe nicht damit gerechnet, dass er uns so einen Abwärtsgebringt, deswegen hat das nicht extra betont, ansonsten sage ich das immer, dass das so ein bisschen als Frühindikation ist, weil es ist, und sieht man auch hier wieder, das hat sich ja jetzt bestätigt, es ist halt einfach, letztendlich steigen die Märkte nie gleich, ich mag sowas nicht, so eine Vergleiche, DAO steigt wie der DAX und fällt, wenn man sich das ganz genau anguckt und wirklich mal ins Detail guckt, macht jeden Tag jeder was anderes, da kann auch sein, der eine steigt, der andere fällt, der eine macht nur zur Seite, während der andere steigt, dann steigt der andere, der andere macht nur zur Seite und am Ende ist es jeden Tag irgendwo was anderes, man sollte da jeden Wert für sich angucken, aber was man sieht ist, entweder wird Liquidität in den Markt gegeben, oder sie wird rausgezogen, aber man hat es seltenst, dass die Liquidität wirklich ganz verteilt nur auf bestimmte Werte reingeht, also das ist doch eher die Seltenheit, das kommt auch vor, aber es ist eher selten, und deswegen ist es immer ganz indikativ, wenn die Kryptos halt am Wochenende ordentlich nach oben durchbollern, dass dann der Markt sich auch gut gestimmt zeigt, und wenn die Kryptos eher schwach sind, dass er am Montag dann doch ein bisschen schnupfen kriegt halt, weil er zu kalt gebadet hat halt. So, und zum DAX hat man glaube ich gesagt, in dem Moment, wo er unter das Tief geht, hier unter die 14.000, hat er eben diese Chance hier die 860, 800 da unten einmal auszuloten, ich denke, das ist ein bisschen zu weit rechts platiert, aber vom Kostniveau hat er eben das genau gemacht, ich denke, das ist jetzt zumindest okay, man hat ja auch gesehen, wie deutlich er sich von der 14.000 nach unten gestoßen hat, also dreimal war er dran gewesen, dreimal nicht gehalten, da musste dann halt unten auch mal ein bisschen mehr Druck raus, dass er die 800 schon geschafft hat, hat mich auch ein bisschen überrascht, genau wie dieses Abwärtsgap, hat das aber trotzdem gut ausgekontert, und ist jetzt auf, ich sag mal, neutralerem Niveau wieder rausgegangen, also wenn wir gucken, wo wir gestartet sind, war das hier die 9,69, rausgegangen sind wir um 40, das ist ein Tagesminus von knapp 25, naja, jetzt habe ich mich verrechnet, 28 Punkte, was habe ich gesagt, 69, naja, dann sind es 28 Punkte, ne, aber das ist jetzt keine Welt, also die Tageskerze, kann man schon fast als Hammer dann wahrscheinlich beachten halt, ne, also, die hat einen, die hat einen sehr kleinen Kerzenkörper, der recht hoch von der Kerze angesiedelt ist, und hat eine sehr, sehr, sehr lange Lunte, so, und da sagt man immer so in der Regel, ne, schöne lange Lunte, Raketen haben schöne lange Lunden zum Anzünden an Feuer, deswegen würde ich schon sagen, man sollte zum Dienstag auf der Oberseite, nun, äh, kleine Stößchen hier drüber, vielleicht nochmal einplanen, vielleicht von unten mal an diesen Kerzenkörper ran, der liegt hier so um 14.54 rum, ähm, von dort können wir es dann erstmal wieder runter, könnten wir mal auf die 14.000 aufsetzen, und sich dann hier eher oben bewegen, sollte aber die 14.000 nicht überwunden bekommen, vielleicht sogar von, ich sag mal 69 oder 14.000, kurz antippen und wieder nach unten, dann plant bitte nochmal ein, dass er hier unten nochmal am, am, am Tief rumschrammt, äh, wahrscheinlich wird das eher mehr dann auf, guckt mal, hier ist er auch komplett den ganzen Tag eher so, so runtergelaufen, ich würde eher vermuten, dass es sich jetzt erstmal in sowas entwickelt, ne, dass er runter raus abflacht, aber wir dürfen nicht vergessen, da ist Überraschungsmomentum schon drin, na, also das Abwärtsgap ist erstmal ein Überraschungsmomentum, wir haben eine sehr starke Woche gehabt, dann konnte der Park direkt nach unten aus, das ist schon, das haben nicht so viele auf dem Schirm gehabt, also zumindestens, ähm, wahrscheinlich nur die, die am Freitag halt noch schon drin saßen, und sich wahrscheinlich massiv geärgert haben, wie der Tag gestiegen ist, umso größer war für die natürlich dann heute die Freude, ähm, dass sie wieder deutlich tiefer eröffnet haben, und auch ganz gut reingekommen sind, also alle, die am Freitag und Donnerstag jetzt hier quasi minus ausgesessen haben, ähm, was ja eigentlich im Trend oft auch mal richtig, richtig bestraft werden kann, die sind halt jetzt hier nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, oder zumindestens, ähm, wurden, wurden nochmal gut bedient halt, ne, von der 14.100, die dann hier in der, in der Reaktion halt doch deutlicher ausgeweitet hat, wir hatten ja davon gesprochen, dass wir auch in den Mails eben bei 14.100 Short platziert haben, dass wir den dann aber abgebrochen haben, weil ich gesagt habe, das Risiko ist es mir übers Wochenende da nicht wert, sind hier unten rausgegangen auf dem Niveau, etwa mit dem Rest, nachdem der Teilverkauf planmäßig geklappt hatte, ähm, äh, weil ich eben nach der Kerze, also, ich weiß nicht, das war für mich nichts, ne, so wie der sich unten stabilisiert hat, da würde ich auch immer wieder so machen, bin ich jetzt auch nicht traurig in dem Moment, wo das dann doch voll auch aufgegangen wäre, und das Setup komplett ausgefahren, geklappt hätte, ähm, das ist mir in dem Sinne egal, weil man hat sich hier für ein, äh, für ein geringeres Risiko entschieden, und das ist immer wichtig für ein stabiles Depot halt, ne, nur so kriege ich mein Depot stabil gehalten, und, äh, konstant in der richtigen Richtung entwickelt halt, ne, in dem Moment, wo ich zu oft zu hohe Risiken gehe, oder vielleicht auch mal so All-Ins mache, weil ich einfach sage, ich glaube das jetzt hier nicht, was im Markt passiert, ich werfe jetzt einen Stopp weit hin, und wenn das kommt, dann ist halt alles weg, aber ich will, ich glaube das einfach nicht, was hier passiert, sowas wird eher mal bestraft halt, ne, in dem Moment, wo ich, ähm, wo ich das Risiko begrenze, immer wieder knapp halte, ähm, ist es mir dann egal, ob er macht, was ich will, oder ob er was macht, was ich überhaupt nicht will, oder ob er sowas völlig anderes macht, was ich vielleicht gar nicht im Radar habe, ne, aber in dem Moment, wo ich das Risiko knapp halte, kann mir davon nicht das Depot kaputt gehen, so, und das ist wichtig, das tricht euch allen ein, die das brauchen, die das, ähm, nicht kennen, und die das hören müssen, und, ähm, deswegen ist das hier an der Stelle auch ganz gut, mal erwähnt zu haben, ansonsten, ja, wir haben hier, äh, natürlich in dem Moment, wo der Markt jetzt vielleicht doch Speicher eröffnen sollte, pa, ne, halt, jetzt habe ich das zurückgeschätzt hier, ne, der hat, der ist aus, aus einem bestimmten Grund tiefer, der liegt nämlich hier unten an der 770, sollte der Markt tiefer reinkommen, tiefer starten, nach unten schieben, so ein typisches Dienstagstief nochmal, nochmal drunter stellen unter den Montag, guckt mir bitte auf die 777 hier, das wäre typisch, einfach kurz unter die 800, drunter gelunst, 777 angetippt, plup, kommt die Rakete nach oben, also da wirklich aufpassen, kommen da schöne Kerzen nach oben, also, erst mal müsst ihr ja runterfallen, und kommen dann schöne Kerzen von hier unten nach oben, ähm, dann ist das für den München Long Chance, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, der ja wichtig für unsere Analyse ist, viele stehen sich immer hin und sagen, ja, was erzählt der hier die ganze Zeit, kann steigen, kann fallen, kann seitwärts, was soll ich denn jetzt machen, das ist genau der Punkt, worauf sie dann achten müssen, ne, wenn ich sowas sage, wenn, das sind so typische, wenn dann, wie wenn ich einen Computer programmieren, ein Handelssystem, ein Bot, ne, dem würde ich auch sagen, ey, wenn hier unten ein Tief gekauft wird, hau mir Long rein, auch wenn ich nicht hingucke, mach einfach, zieh das durch, drück da Volumen rein, und so könnt ihr das doch auch machen halt, ne, ähm, dass man einfach, ähm, hier in dem Sinne, passiv, sag ich mal, ähm, die Beobachterposten einnimmt, in dem Moment, wo er fällt, und wenn er sich hier unten schön auftritt, das eintritt, was wir erwartet haben, dann Position rein, Risiko begrenzen, und laufen, laufen lassen, drücken, bis ins Ziel rein, nicht zu weit, äh, auch Gewinne dann realisieren, aber das ist Trading, in meinen Augen halt, ne, nicht irgendwo rein, der Markt muss da unbedingt hin, und er muss jetzt unbedingt das machen, was ich will, das ist eher mehr Glück, Zockerei, das klappt mal drei Monate gut, dann klappt es drei Monate überhaupt nicht, aber ohne umstrich, verliert man, also, auf Jahressicht, verliert man mit sowas in der Regel dann eher Geld, wenn ich immer bloß versuche, meine Meinung zu traden. Gut, ansonsten, ganz markant hier oben natürlich, das Gap 14.090, das heißt natürlich auch in dem Moment, wo sich der Dax hier aus seinem Fast-V, es könnte ein V werden, wenn er früh hier hoch auf die 14.000 sticht, dann haben wir hier unten ein kleines V stehen, ähm, führt er das dann fort, steigt auch über der 14.000 raus, hätte dann eben auch Platz bis zur 14.090, äh, 14.100, da wir jetzt doch ganz schön was auf dem Bug bekommen haben, würde ich dann davon ausgehen, dass die auch nochmal deutlicher reagiert, ne, also die kann durchaus nochmal auf die 14.000 hier zurück, ähm, wie machen wir das, wollen wir da was einmalen, also wir können auf jeden Fall oben den Trigger erst mal mitnehmen, dann bleibt er weiter gültig, so, das ist erstmal das Wichtige, unten behaltet er mir die 77, da ein bisschen im Blick, äh, tendenziell unter 880 wird er Dax Schwierigkeiten bekommen, kann er eher nach unten wegklappen, ne, da ist er außerhalb des Bandes, dann ist eine Übertreibungsbewegung möglich, deswegen ist auch der Fall super wichtig, ne, weil wenn er in der Übertreibung geht, das Band nach unten auflehnt, so wie hier, guckt mal hier, ne, geht er unten aus dem Band raus, bleibt aus dem Band, und dann kommen halt richtige böse Katzen, und das kann dann schnell auch bis hier unten hingehen halt, ne, das ist so im Vergleich wie das, ist eigentlich ein schönes Beispiel, ne, so von der Bewegung in die Bewegung, also da ein bisschen aufpassen, unter 880, schaut mir die 77 dann genau an, drückt die nach oben, gute Chance, und ansonsten hier oberhalb von 14.000, 14.000 hätte er dann Gap Close Potential, auch wenn man da wahrscheinlich ein bisschen aufpassen muss, da das schon recht prägnant ins Auge sticht, sind da Chantaten möglich, so, machen wir vielleicht so in die Richtung, dass wir hier dann nochmal reagieren können, ich hoffe, es wird nicht zu kleinteilig jetzt hier, sonst müssen wir dann irgendwann auch mal wieder eine Zeiteinheit runterschalten, Bewegung halten sich ja jetzt doch immer im Zaun, so, also das könnte ich mir vorstellen, ansonsten hier unten halt eben aufpassen, unter 880 eher mehr Risiko ein bisschen, unter 77 Platz für Beschleunigung, das muss klar sein, also wer dann da so Angewohnheiten hat, auf schnelle rote Kerzen, mag gerne long gegen zu wuchten, macht euch einen Zettel an, Bildschirm, unter, also nur wenn grüne Kerzen über 77 gestellt werden, dann rein wuchten, nicht unten in die roten rein wuchten, weil, kann auch bis 650, kann auch bis 75 wieder runter stürzen, halt, ne, also macht euch wirklich einen Zettel, wenn ihr da so anfällig seid, dass ihr gerne mal gegen schnelle rote Kerzen einfach mal einen long gegenpresst, das kann da halt ein bisschen ins Auge gehen, gut, damit haben wir hier alles durch, wir können kurz den Tagesschart gucken, wir haben ja über die Kerze schon ein bisschen gesprochen, über die lange Lunte, die sie haben müsste, ähm, das ist leider so klein, langsam, müssen wir schon fast ein bisschen näher reinsteigen, hier den Rest mal weglassen, ähm, uns erst mal hier auf das kurzfristige konzentrieren, machen wir vielleicht mal so hier rein, wären sonst die Kerzen zu klein hier, rücken wir das mal hier ein bisschen auf, das ist ja weiterhin interessant, das darf man auch nie vergessen, wenn irgendwann mal ein DAX richtig Stress reinkriegt, ja, und ansonsten sieht man schon diese Kerze da oben, es hat sich anders angefühlt im Tagesverlauf, ähm, so viel ist es dann, so viel Gefahr ist dann jetzt hier erst mal nicht entstanden, ne, es hat sich schön auf eine Unterstützung stabilisiert, das ist das alte Allzeithoch, was wir ja eine ganze Weile von unten gesehen haben, diese 13.800, und von daher, äh, sieht das hier erst mal noch ganz gut aus, ich würde vielleicht hier unten noch so einen kleinen Trigger mit reinnehmen, unter der 13.500, das kann man vielleicht, äh, kann man vielleicht mal hier noch mit reinnehmen, unter 13.500 wäre hier ein kleiner Triggerpunkt, das würde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen aktualisieren, ähm, von dem der DAX durchaus Potenziale hätte, auch deutlicher wegzudrücken, wieder, na, na, dass er dann hier unten aufs Band nochmal ansetzt, versucht das Band zu penetrieren, vielleicht im ersten Moment nicht klappt, im zweiten Moment dann auf die 200-Tage-Linien zurücksteuert, die im Bereich um 12.700, beziehungsweise 12.500 liegen, na, also, das können wir hier vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen, das ist ja das letzte Markante-Tief, das heißt, hier würde der Aufwärtstrend brechen, der ja seit hier besteht, die Folge aus steigenden Hochs und steigenden Tiefs, und solange hier oben aber drin ist, und das sehen wir ja auch, haben immer weiter Pfeile nach oben, und die können dann hier im Zweifel auch, ne, das hat man ja schon, können dann hier auch weitergehen, bis da oben ran, an den Bereich um, ja, steigt immer weiter an, ne, das war mal die 260, 270, das ist jetzt schon im Bereich um 3.30 rum, am nächsten Tag dann noch höher, immer höher jetzt, ähm, wie mache ich das für euch, vielleicht so, sieht das gut aus, wir machen es mal so halt, ne, das wäre dann die nächste erreichbare Station, okay, und alles, was hier drüber passiert, jetzt auch im mittleren Bollinger-Band, würde ich jetzt erstmal noch als positiv werten, hier sehen wir übrigens auch die 6.80, das passt natürlich nicht so ganz zu dem, was ich mit der Übertreibung gesagt habe, merken wir uns mal kurz, gucken wir gleich nochmal, aber unter 800 sehen wir auch hier, es ist schon Platz halt, ne, also fällt unter 800, ähm, ist schon so ein kleines Vakuum, das würde gut zur Übertreibung passen, aber die Zielstation haben wir jetzt im Tagesschart auf 6.80, das wäre dann nur hier, sind auch 100 Punkte, also sollte man, wenn man den Short-Trigger nutzt, weil er hier durchspricht, ähm, hier in dem Bereich um 6.70, 6.50 vielleicht einen Teilverkauf ziehen, den Rest probieren durchzuziehen, ähm, weil wir im Tagesschart dann dort auf Unterstützungsbereich, weil ich, also gerade mit Lopoldemann sowas mag der DAX ja, springt er gerne mal dran und wieder weg und weiter und, ja, aber so an sich ist das jetzt auch noch keine Katastrophe, das ist okay, ähm, kleiner Rücksetzer, der wurde ganz gut aufgefangen, drehen sie den zum Dienstag jetzt wieder nach oben, kann er auch bis Mittwoch dann hier oben in die Station reinrennen. Gut, okay, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles besprochen, wir haben, wie gesagt, wir grenzen den hier ein bisschen ein, wir haben im 2-Stunden-Chart über die für mich wichtigen Punkte gesprochen, wir haben die 13.77 besprochen, wir haben über die 14 gesprochen, 14.000 über das Gap an der 14.090, über die 13.880, wo das Stundenband dann nach unten aufgereizt wird und von daher habt ihr eigentlich alle wichtigen Marken in petto, so dass der Dienstag dann kommen kann. Ja, insofern wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Tschö! 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 Vielen Dank.